Hallo und guten Abend und willkommen zur Analyse vom DAX für Mittwoch, den 2.6.2021. Wir befinden uns auf der Chart-Ebene M5. Chartsteller ist lang und schwarz. Und wir schauen mal, was der Markt heute gemacht hat. Er hat sich zwar etwas komisch verhalten, weil eigentlich, habe ich das hier als Korrektiv gesehen, hat es eben nicht gemacht und er springt hier in einem Gap morgens hoch. Und egal, was man denkt oder macht, in dem Moment, wo der große Trigger fällt, sollte man hier nicht mehr erst mal gegenhandeln, weil das war ein ganz heißes Zeichen dafür, dass er auch einen Allzeitdruck macht. Und er macht das auch, also man sieht das hier, nachdem das Ding fällt, setzt er kurz zurück und dann schiebt er hier nach oben raus und macht hier das neue Allzeitdruck hoch. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir uns hier befinden und das ist kompliziert derzeit. Das ist richtig kompliziert, weil so richtig abgeschlossen ist die Korrektur nicht beziehungsweise hat er hier irgendwo möglicherweise nach oben was abgeschlossen. Und das muss man jetzt beobachten. Das Problem ist einfach, es gibt so viele Möglichkeiten hier im Moment. Bedeutet, man sieht das ja hier auch, ich sage, ich habe hier eine 1 oder eine A hingeschrieben, eine 200 B und dann macht er hier die C, verkürzt, was immer das hier ist. Er springt eben oben raus, obwohl es aussieht, als wenn es nach unten weiter geht. Und er kommt eben leider nicht hier unten in diesem Bereich. Er ist übergeordnet long. Das war unsere Hauptvermutung, weil das korrektiv aussieht. Und in dem Moment, wo der Bereich fällt, schiebt er eben nach oben durch. So, jetzt gehen wir mal zu den Zählungen über, dass wir mal grob abschätzen können, was passiert. Also immer die Szenarien. Man kann auch versuchen, so ein bisschen zu sagen, okay, wenn er das macht, könnte das passieren. Wenn er das macht, könnte das passieren. Aber eine richtige Garantie haben wir gerade nicht. Was man sieht, unsere alte Trendlinie hat er sich hier wieder geholt, die wir hier hatten. Das ist manchmal ganz interessant, wie er alte Linie wieder sich holt, zumindest die ersten Bewegungen abfängt. Und was eben auch sichtbar ist, das ist ein Impuls. 1, 2, 3, 4 und dann springt er hier auf die 5. Und das scheint auch korrektiv zu sein, als A, als B. Und das hier als 1, 2, 3, 4, 5, die C. Und jetzt ist die Frage, wie er eben hier weitergeht. Ob das eben auch nur 1 oder A, 2 oder B. Und dann kommt hier entweder die 3 oder die C. Fakt ist auf jeden Fall, in dem Moment, wo er hier zu weit runterkommt, können einige Sachen passieren, die ihn wieder nach unten ziehen. Und zwar will ich euch mal aufzeichnen, für was ich das hier möglicherweise halte. Und zwar ist eins meiner Lieblingsthemen, wisst ihr, in den Diagonals. Sprich, irgendwo eine Bewegung. Dann kommt hier eine Korrektur. Und dann kommt hier eine 1. Als A, B, C. A, B, C seitwärts. A, B, C. A, B, C seitwärts. A, B, C. Und dann schiebt der ganze Kran weg. Meistens ist es so, dass es irgendwo dann keilförmig läuft. Und dann wird das Ganze irgendwo nummeriert. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich sage mal, das hier ist in jedem Fall irgendwo korrektiv. Der geht auch tiefer wie das hier. Also sprich, geht der in den Bereich dieser 14.726. Also unsere 14.800 in dem Bereich. Irgendwo ist das immer, was ich da gesagt habe. Und jetzt könnte es sein, dass wir hier irgendwo, wenn wir uns das anschauen, dass das hier eine 1, 2, entweder eine 3 ist oder eine 4. Aber was die Dinger auch sein können hier sind Dörbel oder Dribbelzigzags. Bedeutet, hier ist ein Impuls, hier ist ein Impuls und da ist ein Impuls irgendwo, der das Ganze hier als X-Wellen verbinden kann. Also das kommt immer mal vor. Das bedeutet, man könnte hier eine 1 haben. Dann hätte man hier das gleiche Spiel in grün. Das sieht auch nicht, sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein Impuls, könnte aber auch so was sein. Das sind diese berühmten viermal hintereinander oder dreimal hintereinander kommenden 3 Pushes ab sozusagen. Und jetzt hätten wir hier noch mal irgendwo, wieder das als A, B, C oder eben das als ersten Impuls, die Korrektur und der zweite Impuls geht hier hoch. Oder eben, und das ist auch eine Theorie, dass das hier schon dazugehört hat. Denn wenn wir mal hier mit Trendlinie ziehen, das ist eben vielmal so, dass wenn wir die 1 mit der 3 verbinden, ergibt sich die 5 und das wäre die 1, das wäre die 3 und das wäre die 5. Also sprich, wenn wir das hier duplizieren und legen das mal an hier. Dann ist das hier oder das hier die 4 und dann könnte das hier die 5 sein. Deswegen sollte man immer vorsichtig sein, wenn er anfängt und macht hier 1 hoch, noch 1 hoch, noch 1 hoch, noch 1 hoch und das Ganze irgendwo auf einer Linie und nach oben gerichtet. Das kann immer so was hier sein. Das muss nicht so schön genau aussehen. Aber wir sind in einem Bereich in der 5 und das könnte ein Abschlussmuster sein. Und die Tatsache, dass er hier immer so heftig auch reagiert, ich sage, eine richtig bullische 3, die wäre hier oben durchgeschossen, als wenn es keinen Morgen gegeben hätte. Und dann fängt er auch so an. Aber er macht hier diese Korrektur nicht seitlich, die ich vermutet habe, sondern er kippt direkt ab. Er kippt hier wieder aus dem Kanal raus. Und er läuft hier wirklich auch, was haben wir hier, 15.686. Also er läuft hier über 100 Punkte wieder dagegen. Und deswegen muss man hier unwahrscheinlich aufpassen mit diesen Long-Bewegungen. Man nimmt den, man handelt hier irgendwo den Trigger. Ich bin ein bisschen weiter oben reingegangen dann, nachdem ich meine Position hier abgestoßen hatte, die ich mir noch geholt hatte. Leider im Verlust, aber hier habe ich ein bisschen Gewinn gemacht gehabt und ich nehme sie hier irgendwo raus, wie er dann anfängt, hier das erste Mal da oben genauer stehen zu bleiben. Da macht er hier die 4, die 5. Und dann gucke ich mir erst mal an, was er macht, weil ich eben denke, er macht hier quer rüber, macht er aber nicht, sondern er fällt hier. Und das ist eben auch immer ein Zeichen, dass nach starkem Anstieg auch eine starke Gegenbewegung kommen kann. Das hat er hier jedes Mal gemacht. Und jetzt ziehen wir mal hier irgendwo ein Keil hoch. Die sollte, dürfte eher nicht. Ich würde gleich auch noch ein paar Trendlichkeiten rausschmeißen. Man sieht ja auch, er läuft hier drauf lang. Das ist diese untere Trendlinie von dieser vermeintlichen Bullenflagge. Bärenflagge, Entschuldigung. Und macht hier, wenn man das zählt, das ist eben A und B und eben der verkürzte C. Beziehungsweise das ist jetzt die nächste Option. Wir machen mal hier ein bisschen sauber. Träger brauchen wir, den lassen wir hier. Denn er könnte auch noch zurücksetzen. Läuft er wieder hoch. Das ist auch so ein Zeichen, wenn er hier wieder durchfällt, parallel mit der Linie. Dann könnte auch was Neues entstehen. So, dieser Bereich hat jetzt seine Wucht verloren. Den gibt es nicht mehr. Aber das ist jetzt irgendwo was. Das mag so eine 3 nicht. Also wenn das hier irgendwo, keine Ahnung, das hier noch Teil der Korrektur ist und das ist die 1, das wäre die 2. Die 3 kippt aber nicht über diese Linie. Wenn das hier eine 0 wäre und das eine 1, das wäre die 2, diese 0,2er Linien, da kippen die 3 nicht drüber hinaus. Das heißt, wenn der hier durchkippt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass diese Bewegung hier beendet ist. So, die gibt es auch nicht mehr hier unten. So, jetzt gibt es noch eine zweite Option. Nehmen wir den mal kurz weg. Und zwar kann es sein, das ist auch noch nicht auszuschließen, dass wir hier eine starke Bewegung haben. Und wir haben hier eine A und die B schießt über. Weil eine A, B, C, das ist definitiv, das ist Teil der Korrektur beziehungsweise Teil einer B. Und wenn es die B nicht ist, kann es sein, dass es die A an der B ist. Und dann ist das hier auch eine komische Gegenbewegung, weil so richtig schlau bin ich hier nicht raus geworden, nachdem die ausbricht. Und dann schießt er hier hoch und das könnte die A, B, C sein und dann könnte auch das hier die B sein, als überschießende B. Denn er müsste hier rauskommen, müsste er richtig Gas geben. Dann würde das bedeuten, wir benötigen hier eine fünfwellige Gegenbewegung, das heißt eine 1, 2, 3, 4, 5. Die sollte nicht zu tief kommen, möglichst irgendwo über der das ist schon orange gekennzeichnet. Über der 15.353 bleiben. Dann kann es eben sein, dass das hier dann die C ist, also A, B, C und dann kriegt er aber so einen Trall nach oben und Schwung, dass er das durchbrechen würde, möglicherweise. Das ist selten, aber wenn es dann anfängt und würde eben hier rausfallen und kommt dann wieder hier rein, in diesem Bereich, dann kleppt die Linie sowieso rum, und dann haben wir hier was ganz anderes, also wenn er hier dann irgendwo, wenn man hier versucht, den Ausbruch zu handeln, was gar nicht mal so abwegig ist, sollte man aber spätestens, wenn er hier wieder reinkommt, die Position wegschmeißen, weil hier könnte sich was anbahnen, was heftig nach oben zieht. Ja, ihr seht, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man derzeit abwarten muss, was sich eben irgendwo ergibt. Also sprich, hier hat er sich einen Kanal ergeben. Das war was Interessantes. Wenn sich der Markt hier morgen noch mal hochschlängelt, wäre es auch interessant, weil wir hier eben den ersten Impuls haben und dann folgt irgendwo noch eine Bewegung nach. So sprich, dann hätte man hier einen kleinen Trigger, an der ehemaligen Trendlinie, und könnte eben die nächste Bewegung handeln. Man muss nur aufpassen, wenn es eine B ist hier, dann kommt hier eine C, und danach würde er eben wieder hochziehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben hoch, dass wir entweder sowas hier bekommen, oder eben doch, weil es eine Abschlussbewegung ist, in den Bereich irgendwo wieder zurücklaufen. Das wird sich morgen, denke ich mal, langsam fortsetzen oder abzeichnen. Derzeit bin ich flat. Ich schaue mir das ganze Spiel an. Da habe ich, wie gesagt, ich habe hier 1000 Theorien für, und keine ist so richtig erwiesen. Das wäre eben eine hier. Die Ellipse hier rüber. Das wäre eben so eine, wenn der Trigger hier fällt, könnte das eben, auch möglicherweise daneben, ein paar Punkte nach unten geben. Nach oben sollte man derzeit immer vorsichtig sein. Man sieht es ja hier. Ich sage nach der Überschreitung, 15, 5, 4, 3, und dann macht er 15, 6, 0, 5. Gut, das sind auch irgendwo, ja, 60 Punkte. Ein bisschen mehr wie 60 Punkte. Ist jetzt nicht so schlecht, aber eben hier die Überschreitung. Und dann fällt er eben bedeutend weiter runter. Und das kann eben dazu führen, dass irgendwann einer mal bei einer Überschreitung hier so richtig in eine Bullenfalle reintappt. Das sind ja eigentlich alles fast Bullenfallen. Und dann schlägt er weit nach unten und das ganze Spiel ist beendet. Also wenn er wirklich nicht schafft, morgen hier sowas zu machen und schiebt hier oben raus, dann kann es passieren, dass das ganze Kartenhaus hier zusammenfällt, weil irgendwann, das ist ja das, was ich immer sage, diese kleinen Indianer. Wenn man sich das anschaut, hier einfach den das abdeckt, hier ist ein Indianer, hier sitzt ein Indianer drüber, hier sitzt ein Indianer drüber und das ist auch ein kleiner Indianer, die sitzen alle hier hinter der Hecke. Das ist so das, was die Linda Bedford-Rushke nochmal erzählt über diese Three Little Indians. Jetzt sind es schon vier. Und irgendwann, wenn der dann hier rauskommt und schafft diesen Sprung nicht wieder hoch, dann haben wir hier schon vier Indianer, was dann ganz extrem ist, weil hier ist auch so einer und man sieht, was dann hinterhergekommen ist und irgendwann sind es dann immer einer zu viel und dann fängt der an und kollabiert beziehungsweise macht hier die nächste Trendlinie, das ist ja unsere aktuelle Trendlinie, wenn wir davon ausgehen, dass das hier möglicherweise die C beziehungsweise 4 ist, dann wäre das der Hauptindikator, dass diese Bewegung wirklich beendet ist. So, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Handelstag morgen und wir hören uns morgen Abend im DAX. Auf Wiederhören.